Du willst ganz viele kostenlose Videos rund ums Studium? Dann komm auf studyflix.de Eine wissenschaftliche Arbeit ist mehr als ein Deutschaufsatz in der Schule. Sie besteht nicht nur aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Für eine vollständige Arbeit musst du noch eine ganze Reihe anderer Teile erstellen, die aufeinander aufbauen und wie das Gerüst eines Hotels sind. Fehlt ein Stockwerk, stürzt alles ein. Damit du nichts vergisst, zeigen wir dir in den nächsten 5 Minuten, welche Teilstücke eine wissenschaftliche Arbeit umfasst. Bleiben wir bei dem Vergleich mit einem Hotel. Die Arbeit beginnt mit dem Titelblatt, also quasi dem Eingang deines Hotels. Diesen Teil musst du besonders einladend gestalten, um Leute in das Hotel zu bewegen oder zu erreichen, dass sie deine Arbeit gerne lesen. Außerdem sind klare Infos gefragt. Bereits auf der Titelseite musst du das genaue Thema der Arbeit dich als Verfasser und deine Hochschule nennen. In der Lobby des Hotels befindet sich der Aufzug mit einer Infotafel. So weiß jeder, welche Etagen es überhaupt gibt und was sich wo befindet. Diese Infotafel entspricht deinem Inhaltsverzeichnis, das vor dem Lesen die Abschnitte der Arbeit aufzeigt und Orientierung verschafft. Achte darauf, es möglichst übersichtlich zu gestalten und keine Fehler bei der Nummerierung zu machen. Neben der Infotafel mit den Stockwerken gibt es noch drei kleinere Infokästen im Foyer mit Zusatzinfos zum Hotel. Sie erklären zum Beispiel die Hinweisschilder im Gebäude, eine Gebührenordnung bei Verstoß gegen die Hausordnung und Fluchtwege. Das wären analog in deiner wissenschaftlichen Arbeit das Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis. Solltest du weder Grafiken noch Tabellen oder besondere Abkürzungen verwenden, entfallen diese Seiten natürlich. Nun fährst du in den ersten Stock. Hier bekommst du schon einen Eindruck davon, wie das restliche Hotel aussehen wird. Dieser Part entspricht der Einleitung deiner Arbeit, die dem Leser detailliert vermittelt, was der Text inhaltlich für ihn bereithält. Schreib die Einleitung möglichst anschaulich und formuliere am Ende klar deine Forschungsfrage oder Hypothese. Auf diese Weise kann sich der Leser besser auf den Rest der Arbeit einstimmen. Die darauf folgenden Stockwerke des Hotels bilden den Mittelbau und gleichzeitig das Herzstück des Gebäudes. Sie nehmen den größten Raum ein und entsprechen im Text dem Hauptteil deiner Arbeit. Hier bearbeitest du deine wissenschaftliche Hypothese ausführlich. Der Hauptteil sollte durch Zwischenüberschriften strukturiert sein, die auch im Inhaltsverzeichnis schon vorkommen. So wird der Leser nicht von der Masse an Text erschlagen und kann sich gut orientieren. Bist du irgendwann durch jedes Stockwerk gefahren, kommst du auf die Dachterrasse, von der du einen tollen Ausblick über die Stadt hast. Diese Aussichtsplattform bildet den Schlussteil deiner Arbeit, in der du nochmal alles rekapitulierst und dem Leser ebenfalls, wie vom Hoteldach aus, einen Ausblick ermöglichst, in deinem Fall auf die zukünftige Forschung. Greif die Hypothese oder Forschungsfrage aus der Einleitung nochmal auf. Fass, wenn nötig, auch nochmal die gewonnenen Erkenntnisse aus deiner Arbeit zusammen und reflektiere selbstkritisch, was man hätte besser machen können. Hier endet der inhaltlich wichtige Teil deiner wissenschaftlichen Arbeit und auch unser Hotel hat keine weiteren Stockwerke. Trotzdem fehlt noch was. Vom Dach werden manchmal Fahnen nach unten gehängt, die auf zusätzliche Veranstaltungen hinweisen. Diese Fahnen entsprechen dem Anhang deiner Arbeit. Aber Achtung! Nicht bei jeder Arbeit ist ein Anhang nötig, deswegen hängen die Fahnen auch nur bei Sonderveranstaltungen. In der Regel enthält der Anhang Datenmaterial, das du für Auswertung und Argumentation im Text verwendet hast. Das sind zum Beispiel Zeitungsartikel, deren Inhalt du ausgewertet hast oder Statistiken, die du zur Argumentation herangezogen hast. Außerdem steht noch eine große Dankestafel mitten auf dem Dach. Dort sind alle Gönner und Investoren aufgelistet, die den Bau des Hotels unterstützt haben. Diese Auflistung entspricht in deiner Arbeit dem Literaturverzeichnis. Den dort aufgeführten Quellen hast du es zu verdanken, dass du die Arbeit theoretisch untermauern kannst. Achte darauf, keine Literaturangabe zu vergessen und alles korrekt zu zitieren. Doch nicht nur die Spender sind verantwortlich für den Erfolg des Hotels. Auf einem kleinen Extraschild der Dankestafel bist du als Direktor aufgeführt. Falls im Hotel doch mal etwas nicht in Ordnung sein sollte, trägst du die Verantwortung und musst dafür einstehen. Genauso verhält es sich bei der wissenschaftlichen Arbeit. Als letzter Teil wird die sogenannte eidesstaatliche Erklärung eingefügt. Darin bestätigst du per eigenhändiger Unterschrift, dass du der alleinige Verfasser und für den Inhalt verantwortlich bist. So versicherst du kein Plagiat einzureichen. Wie du siehst, bauen alle Teile aufeinander auf und erst die Kombination ergibt ein schlüssiges Bild. Sowohl das Hotel als auch die wissenschaftliche Arbeit funktionieren nur, wenn du keinen elementaren Teil weglässt. Wir hoffen, dass wir dir in diesem Video nicht nur ein Hotel, sondern auch eine schöne Eselsbrücke gebaut haben. So erinnerst du dich sicher leichter an die Teile einer wissenschaftlichen Arbeit. Viel Erfolg! Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de